Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es ein weiteres Squad-Binning-Challenge und zwar wollen wir uns heute um die League-On-Upgrade-SPC kümmern, die ist gestern erschienen und da ist es tauscht ein Team gegen einen von fünf seltenen League-On-Spielern ein. Wir haben hier eine Player-Pick Squad-Binning-Challenge, ja und die läuft noch drei Tage, ist natürlich wiederholbar und bevor wir rein starten in dieses Video, könnt ihr gerne das Video supporten, mit einem Daumen nach oben, 300 Likes, gebt euch das Ziel raus, wenn euch das Pack-Opening gefällt, zeigt Support, schreibt auch gerne auf jeden Fall einen Kommentar für den Algorithmus und falls ihr noch kein Follow bzw. Abo da gelassen habt, sowohl bei Twitch, aber auch hier bei YouTube, könnt ihr gerne auf jeden Fall natürlich ein Abo da lassen, gerne die Glocke aktivieren und falls ihr bei den Upgrades zum Beispiel ab Start sein wollt, Mittwoch kommt das garantierte League-On-Team-Of-The-Season-SPC-Pack raus, falls ihr da ab Start sein wollt, kommt gerne ab 22.30 Uhr in den Livestream bei Twitch, wir haben auf jeden Fall mega nice, zeigt so Support, wenn ihr dabei sein wollt, kommt gerne rum und damit würde ich sagen, starten wir rein. League-On-Upgrade, wie müssen wir zu erwarten, war 11 seltene League-On-Spieler abgeben, eine relativ teure, in Anführungsstrichen, Angelegenheit, ich kann euch mal kurz hier einen Preis durchgeben, also auf jeden Fall pro Spieler müssen wir ungefähr so 2.500 Münzen um den Dreh ausgeben, die SBC selber kostet, falls ihr gar nichts im Verein habt, so knapp 30.000, 25.000 bis 30.000 Münzen, um mal kurz so einen Einblick zu bekommen, was die SBC kostet ungefähr und ja, wir gehen rein und werden das erste Pack hier auf dem Hauptaccount machen, hoffen natürlich auf einen ordentlichen Player-Pick, falls ihr die SBC abgeschlossen habt, schreibt mir gerne rein in die Kommentare natürlich, ob ihr was Geiles gezogen habt, würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. 65-Team-Spieler müssen wir erreichen, 78 sind jetzt hier am Start, 11 seltene, 11 League-On-Spieler und wir benutzen hier viele Untradable-Spieler. Ein paar haben wir gekauft, Palois für 3.000, Untradable Diallo, Untradable Kehre, tauschbar dann 2.700, Kolodzschiak, Vorris 2.800, dann haben wir Bakayuki wieder Untradable, tauschbar, Cesc Revers für 2.500, Untradable Kabayé, Untradable Thiago Mendes und Lassonnier haben wir dann 3.000 Münzen ausgegeben und dann sind wir bei Untradable Mandanda. Keine Ahnung, was das Ganze gibt, wir haben das aber gestern schon am 2015, in dem ersten Video, was gestern online gekommen ist, getestet, das war noch auf dem SPC-Account, da kam Cesframbegras raus, mal gucken, was wir jetzt hier in Anführungsstrichen im zweiten Pack haben, Team of the Season, jo, da ist einer, Thiago Silva, Jungs, man hat's direkt gesehen, wie nice, im ersten Player-Pick, Jungs, wie geil ist das denn, ich bin übrigens gerade live bei Twitch, werden gleich noch ein paar Packs von der Community eröffnen, hier natürlich im Community-Pack-Opening, im Bonus-Upload für den Dienstag und dafür auf jeden Fall mal fettes GD, Jungs, alter, nice, alter, so wollen wir das sehen, Thiago Silva, nicht der teuerste, schönes Highs-Rating, aber auf jeden Fall am Start, können wir auf jeden Fall benutzen, ja, für die garantierte League auch Team of the Season SPC, in der Hoffnung, dass es dann ein anderer PSG-Brasiliano ist, im Sinne von Neymar, ja, er kostet auch nicht viel, 80.000 Münzen, glaube ich, waren, das haben wir eben mal nachgeschaut, Thiago Silva, aber für einen Player-Pick, und das ist der einzige, den ich gemacht habe hier auf dem Account, ist das doch mal mega nice, Thiago Silva Haupt-Account, bisschen komisch mit dem Tempo natürlich, aber, ja, ich glaube, der wird am Mittwoch, glaube ich, in der SPC verballert, geiler Start ins Video, würde ich sagen, und damit rein in die nächsten Packs der Community, let's go! So, so Freunde, weiter geht's, weitere fünf Player-Picks sind am Start, diesmal hier bei The Real Beast, also, bei mir hat es schon mega gut angefangen, jetzt sind wir natürlich doppelt gehypt, ja, auf die Player-Picks, also, start mal rein, The Real Beast, wir sind gespannt, ob wir dir jetzt ein Team of the Season ziehen können, wir sehen es ja direkt, und hier sehen wir auf jeden Fall kein Team of the Season, nehmen wir einen mit, am besten einen, den du noch nicht hast, siehst du direkt, also, du hast auf jeden Fall noch einige am Start, wie ich sehe, das heißt, vielleicht kannst du gleich noch das ein oder andere Bonus-Pack dazu machen, oh, wie, ja, Pablo Sarabia, immer in einer denn nicht als Duplikat am Start ist, ähm, ja, warum auch nicht, ne, Jungs, warum auch nicht, was haben wir jetzt am Start, oh, da ist er, André ist es, zweiter Team of the Season, nicht so high-rated wie eben hier bei mir, mit Tiago Silva, André jetzt hier am Start, und apropos Team of the Seasons, wir können mal kurz den Preis, äh, abchecken, ihr habt es jetzt gerade hier live noch bei The Real Beast, aber ich mach mal das hier mal in parallel nebenbei auf, damit wir hier immer schön den Preis direkt abchecken können, und hier ist das nächste Pack, leider nicht, ruf hier als 84er, nimmt man aber gerne mit, denke ich mal, und dann geht's direkt weiter, ins nächste Pack, komm schon, letztes und fünftes, ah, leider nicht, oh, na was, 87er, Walkout ist am Start, das ist aber auch nice, nimmt man auch gerne mit, und damit auch keine schlechte Ausbeute, 84er, 83er, 82er, 87er als Walkout und André als Tots, ich find's auf jeden Fall auch nicht schlecht, ist auch ordentlich, ähm, und damit rein, in die nächsten Packs, ist okay, also Reviews, ohne Witz, damit wär ich auch zufrieden gewesen, alles kannst du super bald als SPC-Futter benutzen, und, äh, oder die anderen halt, wie gesagt, 82er, 83er und 84er, noch mal für ein neues Player Pick, aber muss nicht unbedingt machen, so Freunde, die nächsten Player Picks sind am Start, oh, 85er Lopez, sieben Stück jetzt hier bei Giuseppe, und, äh, damit dann insgesamt schon 13 Stück für das Video, mal gucken, ob wir 15 kompletiert bekommen, vielleicht auch 20 oder sowas, oh, André ist wieder am Start, Jungs, der nächste Team of the Season, was ist da denn los, was ist da denn los, wieder André am Start, wo da war preislich eben das ganze Ding schon abgecheckt, was der gute Band kostet, nicht der teuerste, aber Team of the Season ist Team of the Season, und jetzt leider keiner wieder am Start, das heißt Fabrikas, den ich, wie gesagt, im ersten Player Pick auf dem SPC-Account hatte, auch das live im Video, um meine Reaction da zu sehen, und jetzt haben wir noch weitere Sets, ah, komm schon, komm schon, yay, 83er, gay, das kann doch nicht wahr sein, drei Stück noch, komm schon, neben dem Torz den Äste, ah, come on, also viele Duplikate sind hier auf jeden Fall nicht am Start, guck mal, was wir noch hinbekommen, könnte ja quasi direkt gleich noch eins machen, C-More jetzt, und was haben wir im Nächsten, komm schon hier hin, nee, leider nein, leider nein, André wird es wieder, nächster Team of the Season, 85er ist auch top, der Rest SPC-Futter, und jetzt die Frage, machst du jetzt noch welche, Giuseppe, oder war es das mit den Upgrades, so Freunde, und jetzt hat er doch noch das achte Pack gemacht, Giuseppe, mal gucken, jo, da sind wir auch die Season, ah, leider nur Camara, aber da wird der Dritte schon, aus Pack Nummer 14, jo, und das ist auf jeden Fall ein bisschen teurer, Camara, 95, toll Tempo, Außenverteidiger, auch ein sehr, sehr Allrounder-Spieler, 3 Sterne, 3 Sterne, na, aber einer der Schlechteren, in Anführungsstrichen, trotzdem Team of the Season, Team of the Season, jo, auch nice, auf jeden Fall, Pack Nummer 14, mal gucken, wie viel noch zusammenkommen, so, die nächsten zwei Packs stehen an, oder Picks, besser gesagt, wieder zwei, oh, Gold-Spieler-Wahl-Packs natürlich, logischerweise, und ich habe eben nochmal nachgezählt, wir sind tatsächlich bei vier, Team of the Season, aus 14 Player-Picks, mal gucken, was jetzt hier den nächsten gönnen, ja, wir sehen es direkt schon, kein Team of the Season, wieder ein Gay-83er am Start, der mit der Objective-Karte, eine richtig geile Objective-Karte auch von ihm, am Start, und da ist wieder keiner am Start, Lopes als 85er, Rating immerhin am Start, und dann gucken wir mal, wie viel noch zusammenkommen, Pack Nummer 15 und 16 waren das, kriegen wir noch die 20 voll, das ist hier die Frage. So Freunde, das ist das nächste Pack am Start, Pack Nummer 17, kommt um die Ecke mit dem Team of the Season, Fragezeichen, komm schon, Daumen drücken, ja, schnell Pack lang in die Kommentare, Jungs, ah, come on, drei Stück noch, Thiago Mendes, der dem Cesar Vigas, wissen wir Bescheid, und mal gucken, wie es weitergeht, ich hoffe, ihr kommt alle Mittwoch um die Ecke, Mittwoch, garantierte League on, Team of the Season, SBC, könnt ihr schon mal das Set ready machen, und dann ab 22.30 Uhr öffnen wir hier eure SBC Packs, eure League on, Team of the Season Packs, also falls ihr da Bock habt, kommt gerne rum, ja, kommt gerne rum, und dann öffnen wir die hier, ab 22.30 Uhr Mittwochs, ab 22.30 Uhr, wenn ihr Bock habt, oder war da ab 22.30? Ich glaube schon, ja, Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch können wir, Mittwoch können wir eigentlich schon ab 20.30 Uhr starten, sehe ich gerade, so, Freunde, jetzt machen wir das letzte, League on Upgrade SBC Pack, hier wird ja gerade ein bisschen eine Chemie gefeilt, 65, brauchen wir ja, wie gesagt, etwas mehr als eigentlich sonst immer, und, ja, insofern hoffen wir jetzt hier auf den nächsten Team of the Season, einige waren ja am Start, wenn ich mich gezählt habe, ist bei den vier geblieben, die Frage ist, ob der fünfte jetzt dazu kommt, aus dem Nipps knapp 20 Player Picks, die wir jetzt gemacht haben, komm, schau, gönn nochmal, zum Abschluss, nein, sieht nicht danach aus, das ist schade, das ist schade, wie ließ es bei euch mit dem Player Pick, schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall extrem interessieren, und je nachdem, wer jetzt auf jeden Fall die Tage nochmal, und zwar ein Upgrade SBC Video dazu geben, jemand hat sich hier eben angekündigt, und zwar mit über 50 Player Picks, ja, und insofern, vielleicht kommt da die Tage nochmal ein Upload zu, wartet es gerne ab, und insofern, falls ihr es nicht verpassen wollt, Glocke aktivieren, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, euer Flo von Archie Gaming, haut rein, und bis zum nächsten Mal, ciao Leute! дов Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020